hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute für euch der bahnübergang ottendorf ich wünsche euch viel spaß bei diesem video abonniere ich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und jetzt das Ganze nochmal von der anderen Straßenseite Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, das war der Bahnübergang in Ottendorf Ich hoffe es hat euch wieder mal gefallen, Leute Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da oder ein Abo Ich freue mich sehr drüber Haut rein und bis zum nächsten Video, Leute